Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal Rette Dein Geld von und mit mir, Matthias Reda. Heute wieder zu einem Spezialthema, wo ich euch ein paar Informationen geben möchte, warum die Deutsche Bankenaufsicht, die BaFin, dem Projekt von Dr. Julian Host, dem Cake-Projekt, die rote Karte sozusagen gezeigt hat. Und um das geht es in diesen nächsten Minuten hier auf diesem Video. Ich wünsche viel Spaß beim Anschauen. So, die Cake-DeFi-Story, wie ich sie nenne, und meine bescheidenen zwei Satoshis als Privatmeinung dazu. Und es wurde ja schon sehr viel geschrieben die letzten Wochen. Man hat auch im Handelsblatt hier diesbezüglich Artikel gepostet, warum und wieso die BaFin nun diesen Krypto-Anbieter sozusagen unter das Visier nimmt. Und ich möchte heute ein paar Insights von mir dazu geben, um euch hier ein Mehr an Informationen zu bieten. Und zwar, ich fange an mit einem Disclaimer, der mir sehr wichtig ist heute, weil dieses Thema natürlich doch polarisiert. Ich habe natürlich auch einige Anwendungskunden, die in diesen Cake-Projekt investiert hatten oder haben, die von der Wertsteigerung sehr stark profitiert haben. Und trotzdem gibt es diese rote Karte von der BaFin. Das, was ich heute in diesen Folien sagen werde oder in diesem Video, ist eine reine Privatmeinung meiner Person, Matthias Reda. Ich sehe jedoch hier für den Wettbewerb und die Chancengleichheit, nämlich für Dienstleister, die direkt in Deutschland anbieten oder auch in Europa anbieten, versus der Dienstleister, die aus dem Ausland kommen. Da gilt für mich gleiche Regeln für alle, auch für die ausländischen Anbieter. Und das möchte ich euch heute ein bisschen näher bringen. Und gleichzeitig möchte ich klarstellen, ich habe nie und werde nie für Cake-Projektiver erwerben und ich empfehle diese Dienstleistung auch generell niemandem. So, das ist meine Privatmeinung. Und hier geht es um eine andere Meinung, nämlich die öffentliche Meinung der BaFin. Und zwar am 7. Jänner diesen noch jungen Jahres hat die BaFin eine sogenannte unerlaubte Geschäftsding von der CakeDefi.com öffentlich gemacht. Das ist ein Vorgang, den die BaFin manchmal einleitet, wenn es hier zu Unregelmäßigkeiten kommt, ihrer Meinung nach. Und da schauen wir uns jetzt an, warum. Weil sie begründet das mit dem Paragraf 37 aus dem Kreditwesengesetz, der klarstellt, dass auch die Firma Cake aus Singapur eben keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Sie bezichtigen Cake und gerade die Webseite CakeDefi.com eben, dass sie unerlaubt Bankgeschäfte in Deutschland betreiben. Und Anbieter, die das machen aus dem Ausland für das Inland sozusagen, benötigen eine Erlaubnis. Einige handeln hier ohne Erlaubnis und darüber möchte die BaFin auch Auskunft geben, damit der Konsument in Deutschland hier auch in Bildung ist. Weil, und um das geht es mir auch, es geht um Chancengleichheit. Da hat die BaFin vollkommen recht. Ein Anbieter in Deutschland, der die offizielle Kryptoverwahl-Lizenz hat oder der natürlich auch die Lizenz als KWG, also als Bankinstitut hat, der darf, muss sich registrieren, der hat aufsichtsrechtliche Pflichten, Sorgfaltspflichten und, 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 ja, ist hier dem Gesetz unterworfen. Und der hätte dann natürlich einen Wettbewerbsnachteil, wenn hier jemand aus dem Ausland einfach hier zielgerichtet an deutsche Kunden anbietet, ohne sich zu registrieren und ohne den Regulatoren in Summe des deutschen Gesetzgebers zu entsprechen. So, und warum das so abgeleitet ist, das möchte ich euch auch nochmals hier anführen. Und zwar denke ich, dass die BaFin sich hier Bezug nimmt auf dieses Merkblatt zur Erlaubnispflicht von grenzüberschreitenden betriebenen Geschäften, wie schon die Überschrift sagt, geht es hier darum, nämlich, wenn wir hier den blauen Bereich uns ansehen, um Erbringer von Dienstleistungen, die den Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben und sich ans Inland zielgerichtet an den Markt wenden. Das ist hier ganz klar beschrieben, ja, und die BaFin geht auch davon aus, dass sozusagen CAKE eine Finanzdienstleistung anbietet. Das ist relativ klar und einfach, ja, es geht darum, Liquidität sozusagen zu poolen und sozusagen dann zu staken, also quasi einen zinsähnlichen Ertrag zuzuführen, ja, zinsähnliche Erträge, das ist halt eben das Hereinnehmen und das Verleihen von Liquidität, ja, und das ist auch mitunter eines der Dienstleistungen oder Hauptdienstleistungen von CAKE und deswegen fallen sie unter die Finanzdienstleistungen, deswegen fallen sie unter dem Kreditwesengesetz. Auch wenn das andere sozusagen dezentral daherkommt, aber das schauen wir uns dann gleich nochmals an. Weil, und hier nochmals ein paar Beispiele von mir, was das heißt, sich zielgerichtet an einen Markt wenden. Ja, also sagen wir, du hast eine Firma in Asien, um nicht zu sagen Singapur, ja, und du bietest das eben über die Homepage an, die in deutscher Sprache firmiert, ja, nicht nur in deutscher Sprache, sondern auch auf Italienisch, Englisch, Mandarin und, 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 ja, aber auch auf deutscher Sprache. Wenn du Hotlines, Services, Support anbietest in deutscher Sprache, obwohl der Firmesitz halt eben in Asien, Singapur ist, ja, wenn du Werbematerial produzierst auf Deutsch, wenn du Videos auf Deutsch produzierst für deine deutschen Klienten, ja, wenn du eine eigene DE-Domain hättest, ja, hat jetzt CAKE die Falle nicht, weil die sind auf der .com-Domain, das ist sozusagen dieser internationale Domain, oder wenn du zielgerichtet in Zeitungen oder Zeitschriften Announcen schaltest, die in Deutschland publizieren, ja, und der nächste Punkt ist für mich wesentlich, weil ich schon öfter auch auf Facebook Werbung von CAKE und von DeFi gesehen habe, die Werbung auf Social-Media-Plattformen, wenn du genau das Targeting magst, ja, ich möchte vor allem deutsche Kunden haben, männlich zwischen, keine Ahnung, 20 und 40 Jahren, ja, dann kannst du das eben auf Facebook und Co. machen und kannst genau zielgerichtet diesen deutschen Markt und diese deutsche Klientel mit Werbung beschallen, ja, und was natürlich auch passiert ist, das wissen wir aus der Vergangenheit, die Vorträge auch vor Ort, auch wenn es pandemiebedingt sozusagen jetzt eine Pause gegeben hat, aber es waren doch Dutzende Vorträge hier, die stattgefunden haben im gesamten Dachraum, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Am Beispiel Binance möchte ich auch festhalten, dass das keine Eintagsfliege ist, sondern Binance, also die größte Crypto-Exchange weltweit, die hat ja auch ihre Streuße mit der BaFin schon ausgefochten und hier hat es zum Beispiel Einlenken gegeben von Binance, die haben ihre deutsche Webseite wieder offline genommen. Also sämtliche Dienstleistungen, die auf Deutsch angeboten wurden, auch die Akademie, also wo sämtliche Grundbegriffe erklärt wurden, wurden von Deutsch quasi wieder offline genommen. Du hast als deutscher Kunde hier bei Binance keinen deutschen Support und keine deutsche Homepage mehr. So, das sind nur die Beispiele und nicht unerwährend möchte ich auch lassen, dass es immer wieder technische Probleme auch gibt, jetzt nicht bei Cake Defi, sondern vor allem mit der dahinterliegenden Chain. Die kann mal funktionieren oder mal nicht funktionieren. Auch das muss man einkalkulieren, wenn man dieses Service nutzt. Das Konstrukt generell habe ich hier nochmal aufgezeigt. Wir sprechen eigentlich von zwei Firmen. Die eine Firma, wo die BaFin jetzt die rote Karte gezeigt hat, ist sozusagen der Vermittler, wobei die Vermittlungsseite hat eben auf Englisch, Italienisch, Mandarin und Deutsch erfolgt, die in Singapur firmiert. Und die zweite Firma, die sozusagen die Foundation, die Stiftung, wo macht man die Stiftung? Natürlich in einem Postkasten auf den British Virgin Islands in der schönen Karibik, ist diese Stiftung zu Hause. Und Cake Defi macht nichts anderes als vermittelt und stellt eine Plattform, ein Dashboard zur Verfügung, wo sozusagen deine Services gehostet werden. Deine Wallets werden gehostet und, 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 und. Cake Defi macht das alles für dich, aber der grundlegende Ausgangspunkt, also quasi die Summe der Token, die Chain etc., die Main Chain für diese Defi-Produkte, das läuft alles unter der Foundation. Wenn wir uns das kurz ansehen, wir haben hier eine Vertriebsfirma, wenn man so möchte, die sitzt in Singapur. Wir haben hier sozusagen das Produkt oder den Emittenten, wenn man so schön sagen möchte, die sitzt hier in einem Postkasten auf Virgin Islands und hier oben in Deutschland findet der Hauptvertrieb statt, sagt zumindest die BaFin. Die Größe ist mittlerweile auch nicht unrelevant. Hier haben wir am 26.01., der einen Tokenpreis von 2,54 Dollar pro DFI-Token und laut CoinMarketCap gibt es derzeit einen Circulating Supply von 300 Millionen Stück und ein Maximal sozusagen von 1,2 Milliarden. Wenn man das jetzt hochrechnet, haben wir derzeit sozusagen eine echte Marktkapitalisierung, das heißt Token, die im Free Float, also die frei verfügbar sind, multipliziert mit dem aktuellen Spotpreis, mit dem 2,54 von knappen 760 Millionen US-Dollar. Und das ist dann kein kleines Projekt mehr. Wir waren auch schon, wenn man sich das ansieht, hier in der Spitze bei 5,50 Dollar etc. Da waren wir schon weit über eine Milliarde. Das heißt, diese DeFi-Chain, der DFI-Token, der Token selbst, die Foundation, die Stiftung dahinter, also da reden wir von Summen, ja, weit über einer Milliarde Marktkapitalisierung. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum hier die BaFin nochmal genauer hinsieht. Und woher kommen überhaupt generell die Zugriffe? Wir wissen das, die Firma ist in Singapur, aber der Hauptmarkt, ja, und das ist relativ einfach, ja, wenn ich mir sozusagen auf SimilarWeb die CakeDeFi.com herziehe, dann sehe ich hier, dass der überwiegende Anteil, nämlich 21 Prozent aller Zugriffe von deutschen IP-Adressen stattfinden. Tja, 14 Prozent von USA, 5 Prozent Russland und nur 4 Prozent vom eigentlichen Kernmarkt oder Hauptmarkt oder Heimatmarkt von Singapur, ja. Also alleine das gibt uns schon einmal ein bisschen einen Rückschluss, was hier sozusagen der Hauptmarkt für die Zugriffe, der Hauptmarkt für die Klientel herkommt. Und man muss dazu sagen, Singapur wird selbst auch strenger. Singapur war das gelobte Land für die Kryptofirmen, wenn man so sagen möchte, aber Singapur plant oder ein Werbeverbot für Bitcoin generell, ja. Und das hat mich natürlich auch dazu verleitet, dass ich hier in einem Blogpost das thematisiere, weil die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, sich hier diesen Thema auch angenommen hat. Und in diesem Artikel geben sie an, dass 180 Firmen sich auch in Singapur bei der Finanzmarktaussicht zur Registrierung angemeldet hat und aktuell vier bereits offiziell registriert. Das muss man sich so vorstellen, in Europa, vor allem in Deutschland, ist seit 1.1.2020 eine Registrierungspflicht für Dienstleister in Bezug auf erteile Währungen. Das heißt, man muss bei der BaFin sozusagen sein Geschäftsmodell anmelden, die Sorgfaltspflichten bekannt geben, den KYC-Prozess bekannt geben, alle anderen Dinge, die sozusagen Compliance und Anti-Money Laundering, also die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, eben bewerkstelligen sollen. Und die BaFin prüft das, ob diese Maßnahmen geeignet sind, in geeigneter Art und Weise erfolgen und gibt dann sozusagen ihren offiziellen Status dazu, wie zum Beispiel Coinbase, also die sozusagen als US-amerikanische Anbieter in Deutschland diese Geschäfte anbieten dürfen, weil sie offiziell registriert sind. Und durch diesen Registrierungsprozess müssen sozusagen alle Dienstleister durch und das müssen sie jetzt auch in Singapur. Und erst von 180 Firmen haben das sozusagen vier geschafft. Ich gehe mal davon aus, dass Cake hier auch unter die 180 Firmen gehört, die natürlich angesucht haben, auch in Singapur sich hier bei der Finanzmarktaufsicht zu registrieren, weil sie ja derzeit in einem Art Pool drin sind. Es gibt diese Finanzmarktaufsicht, die heißt Monetary Authority aus Singapur, die MAS abgekürzt. Und die tut alle Anbieter vor Ort natürlich in einer Liste führen, im Sinne von Bezug auf Dienstleistungen in virtuelle Währungen. Und es gibt hier verschiedene Prozesse. Im ersten, man muss sich dort natürlich auch anmelden und man kann eben auch für diese Registrierung als Finanzdienstleister sich diesen Registrierungsprozess unterwerfen, wo wir jetzt gerade vorher gehört haben, dass erst vier von 180 es geschafft haben. Bitte, in Deutschland sind auch noch extrem viele oder einige Dutzend Firmen sozusagen in diesem Registrierungsprozess drin, obwohl das schon seit 01.01.2020 gilt. Aber die BaFin hier eben etwas länger braucht, bis alle Firmen durchregistriert sind. Das ist natürlich auch nicht immer super toll, muss man auch dazu sagen. Für die Firmen, für die entsprechenden, wenn sie so lange warten müssen. Und K-Card hier, man sieht hier anführt diese Specific Period. Providing Digital Payment Token Service. Sie sind sozusagen derjenige, die digitale Token und die Dienstleistungen vermitteln oder auch selbst anbieten. Und sie haben sozusagen eine sechsmonatige Übergangsfrist, würde ich das jetzt mal bezeichnen, bekommen. Ich kann aber hier nicht rauslesen, von wann die sozusagen angefangen hat und, und, und. Das gibt mir aber sozusagen die Möglichkeit eben zu sehen, okay, Cake ist mit der MAS sozusagen in Kontakt, aber es fehlt eben aus dieser Sicht noch diese offizielle Registrierung, das offizielle, ja, Stempel der MAS aus Singapur, das Cake hier. Aber das ist anscheinend hier in Arbeit und auch anscheinend nur eine Frage der Zeit. Was halt eben auch dazukommt mit diesen Zielgerichteten, sind halt, ja, wo und wie wird sozusagen für Neukunden geworden? Und wenn ich hier das ein oder andere Video mir ansehe, 2500 Euro passives Einkommen wird hier immer beworben, ja, das wird möglicherweise auch ein Grund für die BaFin gewesen sein, hier einmal genauer hinzusehen. Und der Ausblick 2022, das muss man schon sagen, Dr. Julian Host hat ja in einem Video auch erzählt, dass sich die Kundenanzahl 2021 von Cake verelfacht hat. Also ein wahnsinniges Wachstum und dass diese Road to Unicorn, also es gibt ja diese eine Milliarden Bewertung von Cake sozusagen in der Pipeline ist und gleichzeitig gibt es auch in den diversen Investoren natürlich auch, wann geht sozusagen der DFI-Token von 2 Dollar 50, 5 Dollar endlich auf 50 Dollar. Weil, und das muss man auch dazu sagen, Investoren werben Investoren. Es gibt ein attraktives Affiliate-Programm von der Firma Cake und dann bekommt man auf LinkedIn von diesen Investoren, die sehr geflasht sind von dem Cake-Projekt, Anschriften wie diese hier, und die möchte ich euch nicht vorenthalten, wo hier das Projekt kurz erklärt wird, dass man sozusagen ab 100 Dollar dabei sein kann, dass es sozusagen eine registrierte Singapur, das German Pack, dass sozusagen Dr. Julian Hosp hier, der Founder und der CEO und der Mann geht, der Marketing kann. Und das Wesentliche ist, successfully reached, dass der 200.000 Follower hat eben auf YouTube und dass der sozusagen dieses Projekt pushen wird, bis sozusagen der Road to 50 ist da hier der Hashtag, ja, in der Community und er geht davon aus, dass dieses Projekt sich noch verzwanzigfachen kann, nämlich der Preis des jeweiligen Tokens, ja. Meine ehrliche Meinung dazu ist, ja, dein Krypto-Projekt bringt halt auch die absolut richtigen Investoren hervor, ja. Woran das liegt, das lasse ich jetzt mal offen. Und möglicherweise ist das auch nochmals ein zusätzlicher Grund, der BaFin sich hier diesem Projekt nochmals im Detail zu widmen. Und eines muss man schon sagen, er ist sehr umtriebig, der CEO, der Dr. Hosp, er ist auch ständig präsent. Man sieht hier auch bei Mario Lochner, Mission Money, das hat sich natürlich überschnitten mit der BaFin, also das heißt, am 7.1. ist sozusagen diese BaFin-Warnung, die rote Karte rausgekommen und Mario Lochner mit Mission Money, das wurde vorher aufgezeichnet, ich hatte ihm das auf Twitter geschrieben, das hat sich überschnitten. Mittlerweile wurde von Mission Money der Hinweis auch in der Beschreibung gesetzt. Wenn man sich anhören möchte, wie hier Dr. Julian Host sein Projekt auch beschreibt, ich glaube ab Minute 47 oder 57, ist das zu hören für diejenigen, die es interessiert. Aber, muss ich auch dazu sagen, es gibt auch andere YouTube-Videos, das möchte ich nicht unerwähnt lassen, hier vom Light Rider, möglicherweise auch einmal einen 11 Minuten eurer Zeit wert, hier mal kurz hineinzusehen. Gleichzeitig möchte ich auch betonen, seit ich am 7.1. über diese BaFin-rote Karte geblockt habe und meine Meinung dazu gut getan haben, haben mich auch andere Anfragen erreicht zu anderen Projekten, jetzt nicht nur zu Cake. Zwei davon habe ich exemplarisch herausgenommen, ich nenne nicht deren Namen, ihr seht schon mit dem durchgestrichenen X, das sind für mich keine Projekte, in die ich mein Geld investieren würde, da kann ich nur sagen, Warnung, Finger weg. Wie gesagt, meine private Meinung muss jeder selbst wissen. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, ich hoffe, ich konnte den ein oder anderen zusätzlichen Informationsbaustein liefern zu diesem Projekt. Wie gesagt, ich kenne etliche, die darin involviert sind, die investiert sind, ich kenne aber auch etliche, die interessiert an der Seitenoutlinie stehen. Für mich generell gesprochen ist es kein Investment Case, ich gebe hier sicherlich kein Geld von mir hinein und das ist nur meine Privatmeinung, jeder ist sich selbst seines Geldesglückes schmied. In diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Gute und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bye-bye.